Hey Leute auf YouTube. Willkommen zurück bei einer Runde Apex. Die beginnt ja jetzt. Wir nehmen wieder den Fettsack heute. Trinkt ein bisschen Holy Energy. Ich habe immer noch null Kills, aber wir wollen das ändern. Wir wollen das ändern. Diesmal springe ich einfach sobald es geht und geradewegs runter. Wir haben ja voll freigeschaltet. Jumpmaster. Cool. Okay, da ist so eine Box. Das habe ich nicht ganz getroffen. Scheiße, ich kann die nicht hoch. Schnell alles einsammeln, was geht. Wir scheinen keine Gegner zu sein. Ich dachte, an solchen Spielen ist am Anfang immer Gegner. Einmal nicht. Ist das so eine unbeliebte Stelle? Ich dachte, das war Loot. Ich habe hier ein Evo-Schild. Stufe 2. Cool. Äh. Oh, der sieht so cool aus. So ein MP. Was kann ich noch am Ring? Oh shit, was wird das? Waren wir das? Scheint so. Ich komme, Baby. Rated schon mal anmerkt, dass ich scheiße spiele. Wo ist mein Teammate? Ach, da oben. Oh. Helm habe ich scheinbar schon. Was für ein Squad am Boden? Ich habe die nicht mal gesehen. Mann. Aber ich fühle mich gut ausgerüstet. Ich habe Style. Ich habe Geld. Ich trage Louis, Louis, Louis. Eine Frau zieht sich aus für eine Louis, Louis, Louis. Irgendwas mit Geld und Louis, Louis, Louis. Ne, ich bin mit meinem gerade zufrieden. Das hat ein bisschen Munition. Obwohl, das Teil sieht irgendwie aus, als hätte es mehr Wucht als das Kleine. Du schießt. Wo schießt du immer? Ich sehe nicht mal welche. Ultimale-Kunossen. Das hat mir so eine Kraft mitgegeben. Ich bin am Boden. Es gibt vielleicht bessere. Das ist vielleicht ziemlich. Könntest du vielleicht... Danke. Hab ich den überhaupt nicht mehr gekauft? Ich bin nicht der Kehlspitzenreiter für dieses Mal. Ich muss mich heilen. Kurze Pause. Heule mich. Bin trotzdem wachsam. Ich kann einfach schon sein. Gut. Nehmen. Oh. Nehmen. Äh. Warnung. Ring aktuell in Bewegung. Sieht aus, als wenn wir im... Lade Schilder auf. Ich lade mal hier alles auf. Muss mich heilen. Nein, nein. Stopp. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Gibt es hier nicht, äh, kleines Heipack. Da. Heile mich. Frau, eine Sekunde. Herr Paket wird ausgeliefert. Ein Kehrpaket. Ich liebe diese Dinger. Elikett. Ist das mein Teamate, die schon dich höre? Der Heipack. OK. Er hat doch Schüsse. Oben. OK. Komm weg. wo bist du signalisieren luftangriff das nicht sein sollen ich glaube ich habe hier keinen schaden gemacht an niemanden ich will zumindest mal jemanden treffen das ist unnötig teammate teammate ist oh da soll ich nicht lang das sieht nicht gesund aus teammate ist verlegt wie ist teammate da rüber gekommen ach hier ist eine drücke ja teammate ist irgendwie schneller als ich ei 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 naja bei die runde habe ich das gefühl einen guten teammate zu haben nicht so viel letzte ein bisschen munition ein bisschen munition ein bisschen munition ich sehe immer wieder einen gegner nicht mal das war der letzte gute arbeit was habe ich jetzt damit ok wo ist schon wieder teammate hin ja da oben der champion hat eine schlechte entscheidung getroffen also diesmal habe ich echt ein gutes gefühl also ich habe echt das gefühl dass ich die runde sehr gut spiele oder sagen wir es gut ein teammate habe ok go mo wollo dia ich krege jetzt ein mädchen mit einem jungen name wir sind in die falsche richtung ja du löst in die falsche richtung der replikator wird geliefert baue einen tunnel da kommt ein replikator der hat mich geschossen portal bereit ich werde beschossen puppelschild aktiv feind neutralisiert irgendwo ist hier einer das war der letzte gute arbeit aber was macht die da hin wir müssen doch hier hin ich verstehe meinen teammate gerade nicht diese linie zeigt doch immer wo man hin muss ne oder habe ich das spiel falsch verstanden doch wir müssen hier hin ich gehe mal hier hier ist nicht so viel los hoffentlich aber so kleiner enger weg die teammate ist echt weit weg ok teammate ist wieder plötzlich genau hinter mir wie macht die das eine minute bis der ring sich schließt cool handschirm okay will scheinbar nicht hier bleiben gehen wir mal weiter oh meine ultimative fähigkeit ist wieder frei die ist aber auch in einer scheiß position wie guckt man da mit den fingern ordentlich dran belastend wo sind gegner mal wieder am boden gute nachrichten wir sind im nächsten ring was willst du hier lang was echt neister teammate diese dimension macht sich ich könnte meinen Schildern eine aufladen ich könnte meinen Schildern eine aufladen ich schließe muss meine Schilder aufladen ja ich bin aufladen ich bin am Boden wir sind aber auch noch gebrauchen ja ich habe Schildern gemacht geil was ist das ich bin so stolz auf mich dabei versteht das ich habe zwei kunden steht da ich gönne meinen schiffen eine aufladung gemacht oder ein augenblick bitte okay gehen wir ich halte mich an der wand ok der bleibt wieder recht weit zurück was der da immer macht ich kann mal gucken ob hier vielleicht geiler luk drin ist noch irgendwas wieder so ein schatz was bringt der ist schon der zweite hole die ich sehe aber den könnte ich jetzt nicht einsammeln weil irgend so ein timer lief eine minute der ring ist nicht weit weg ja ja ich sehe es also ich muss sagen meine ultimativen angriff dinge habe ich diesmal sehr schön genutzt da bin ich sehr stolz auf mich bin ich zu weit weg aber wir sollten uns beeilen freunde safe über 100 ich bin drin ist schon sehr klein die welt zweifel gleich kuh auf den boden werfen da hinten ist teammate baue einen tunnel okay ich gehe mal ich habe das portal aufgestellt noch drei verbleibende squads dinge gehe ich mal hier eben andersrum zu meinem partner das sieht nämlich wirklich diesmal nach einer runde aus die ich gewinnen könnte der ring bewegt sich okay jetzt kommt er hier noch hier hin schnell rein hier ich bin drin wo ist kollege kollege ist da hinten komme ich da auch noch für dich hin da ist mein teammate quasi um die ecke so schön mit meinem shield 81 prozent ist meine ultimative fähigkeit wieder 81 prozent ist meine ultimative fähigkeit wieder gut wir sind drin das ging schnell okay aber wir werden noch gewinnen ich sag wir gewinnen noch mein partner hat noch full life ich bin rüstung alles nicht mal trotzdem auch wenn ihr grad nix so eine abholstation wie die dinge heißen da ist aber ich hab kills ge... niemals hat er zwölf kills die runde gemacht mein partner oder? da hinten bin ich ich bin in 50 sekunden weg ich weiß halt bringt das irgendwas noch nicht zu holen ich weiß es nicht aber zwei verbleibenden squads das heißt es sind maximal noch zwei gegner da komm was packst du baby ich liebe dich come on ich hab diese runde sogar einfach schaden gemacht ich weiß es ob ich jetzt zurückkommen ich weiß es ob ich jetzt ernst zurückkommen kann ich dachte man muss dieses abzeichen dafür irgendwo hinbringen scheinbar nicht von direkt wieder voll fliegen oder das aber keine Waffen nichts ok ich will mal loot suchen schnell ein bisschen Waffen besser als nichts Feuere muss kurz nachladen und Granate Runde 5 starte den Countdown alle von uns sind im Ring wieder wollen wir kamen im Rucksack irgendwas ohne Kind alles nehmen wir unter Beschuss ich hab einen Feind ausgeschaltet ich muss meine Schilder ausladen ich rück mich zusammen ich rück mich zusammen da ist da ist ich hab nicht mehr viel Menu ich lade meine Schilder aus keine leichte Munition mehr ich lade mal nach mein erster Sieg auf dem PC oh Gott alles dank diesem Partner hier Liebe geht raus an dich ihr seid die Apex Champions oh Gott Liebe I love you das musste ich jetzt das musste ich jetzt auch in In-Game Shit raushauen Gott ich hab zwei Kills gemacht und mein Partner 14 ich wüsst gern wo ich den zweiten gemacht habe ich kann mich nur an eine erinnern also die eine da durch diese Spezialfähigkeit Dings oh mein Gott oh mein Gott ich wurde dreimal wiederbelebt und respawnt aber ey so geil oh Gott kann man irgendwie Freundschaftsfragen schicken na jetzt glaube ich zu spät oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott ich hab Tränen in den Augen oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott krass Levelaufstieg Tacks öffnen auch am Ende dieser Runde oh mein Gott ich will da nicht aufhören das war so geil Endorphine geil ok Leute auf Youtube schauen Leute im Stream mein Puls muss erstmal runterkommen dann